Musik So meine lieben Leute, ich möchte es eigentlich kurz und knapp halten, damit ich das Video noch heute hochkriege, also sprich auf den siebten noch hochbekomme. Also erstmal kurz Hallöchen an alle treuen Zuschauer, treuen Abonnenten und regelmäßigen Besuchern auf diesem kleinen Kanal hier. Ja, wir machen morgen Livestream anlässlich des einjährigen Jubiläums, also wir feiern den ganzen Monat. Ich habe ein bisschen was vorbereitet und ich gebe auf jeden Fall eine ganze Menge raus. Ich würde es ganz gerne einleiten, morgen mit dem Livestream rein in den Vatertag geht es los, weil Bergie will Papa. Nein, Quatsch, so schlimm ist es noch nicht. Nein, wir machen morgen ein bisschen Heidi Gaudi, heitere Sachen. Ich habe mir was überlegt, Mensch, ich packe einfach mal die, ihr habt es schon im Intro gesehen. Nein, ich habe die aktuelle Fußballmanager 13, ja, Mannschaft wieder zusammengekauft. In FIFA Ultimate Team. Und wer sich da morgen, ja, messen möchte, möchte sagen, hier, mein Ultimate Team ist besser als die FM 13-11. Ja, der darf das tun. Ich habe mal geguckt, ich habe fast alles drin, zumindest eine gute Startelf habe ich zusammengekriegt. Äh, schwierig wird es dann auf den Reserveplätzen, da brauche ich ein bisschen eure Vorschläge, wenn man noch dazu draufsetzen kann. Ich habe jetzt hier noch einen Alther, Alther, Junge, äh, ja, ihr wisst schon, ne, Brecherie, Alter, der soll unser Tim David sein, aber gut, mit einer 60 ist echt schwierig. Aber ansonsten habe ich sogar eine Chemie von 100 hingekriegt, das kann ganz gut laufen, ich habe mit der Mannschaft noch keine Partie gemacht, also noch keine richtige jetzt vor dieser Aufnahme. Ich mache jetzt aber gleich ein paar, äh, um mal zu gucken, wie es läuft. Und würde mich einfach freuen, wenn ihr dabei seid. Jogi ist auch dabei, äh, Bergi ist dabei, morgen Livestream auf MMOZone.de, ihr seht schon in der, äh, im Vorsprung, habt ihr schon gesehen, das kleine Intro von MMOZone. Und an Randy Run, großes Danke, da gibt es nämlich die FIFA Coins, da habe ich mich mal gleich eingedeckt, die haben auch ein bisschen gesponsert. Morgen hauen wir auch FIFA Coins raus, also es gibt auch was zu gewinnen, es gibt FIFA Coins zu gewinnen, die ich ganz gerne an die Leute raushauen möchte, die ihr Ultimate Team gegen, ja, Mainz antreten lassen. Es wird auf jeden Fall eine Heiden-Gaudi, wir machen ein bisschen Fußball-Talk, äh, daddeln ein bisschen FIFA, quatschen über alles und freuen uns einfach, dass wir schon uns über ein Jahr lang kennen. Und, äh, und dann würde ich sagen, ja, wenn ihr Lust habt, kommt ihr morgen vorbei, 19 Uhr, auf dem Mittwoch, auf dem 8.05.2013, kommt vorbei. Und, ja, wir haben Spaß. Bis dahin, und ich mache jetzt mal, ja, ich gebe jetzt mal Gas und dann machen wir noch so ein bisschen Pack-Opening und so ein Quatsch, ne. Also, was man eben alles so mit FIFA Ultimate Team so macht. Nein, würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ähm, wird auf jeden Fall lustig. Bis dann, euer Bergy, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.